Hallo zusammen, das ist Kondolatscha. Mir ist das Zeug abgeschmiert. Ist das mühsam zu mitten rein, ich hoffe das geht jetzt durch. Letztes war ja so, dass es abgeschmiert ist am Schluss. Das ist jetzt noch gegangen, aber jetzt spinnt es bei Reboots, oder? Nicht wahr, hoffentlich geht das da. Ja, das andere konnte ich einstellen, mit welches ich gehen wollte. Aber eben, Showtime. Ja, das ganze Zeug kommt sehr gut an, das freut mich. Das macht auch Spass, wieder etwas gamen und hochladen, das ist ja klar. Wenn wir den Chinesen tragen. Jetzt mal schauen. Ups, mir noch mal abschmiert, ich hoffe es nicht. Gegen den Schluss wäre es ja nicht so schlimm, aber eben. Du kennst mich. Ich mag niemanden. Ja, echt, ich mag es niemanden. So, so. Ganz ruhig, Sau. Was für eine Sau. Warte mal, was habe ich dabei? Nein, es ist nicht mehr da. Ich habe etwas anderes dabei gehabt. Äh, ich habe vor zwei, drei Tagen gespielt, darum kann ich mich nicht mehr erinnern. Und jetzt? Ja gut, das stimmt. Ich muss mich wieder daran gewöhnen. Hey komm, vorwärts. Komm, gib Gas. Es hätte schwerwiegende Folgen, wenn die Russen von unserem Eingriff in Afghanistan erfahren. Ja, das ist schon komisch, wie das Zeug reagiert. Ich habe es wieder aktualisiert, das Game. Das ist wieder ein Download gehabt. Es hat sich da schon etwas verändert, wegen dem Einsteigen in diesem Label hier. Weil es ist mir vor drei Tagen abgeschmiert. Zwei Tage. Wir müssen uns beeilen. Wir glauben, die Russen planen einen Angriff auf das Lager. Genau. Ja, alles klar. So. Dann erfahre ich, dass ich etwas... Ja, etwas besser muss vorgehen. So. Hey Jungs! Gibt es etwas zu fressen hier? Nein, nein. Munition, es geht nicht mehr. Magazin erweitern. Ich habe hier keine anständige Waffe, nicht wahr? Ja. Ah ja, da geht es wieder mit Filmsequenzen. Das Deadstone Club. Und ich lalle ein bisschen ein. Da sind sie schon. Laman, das sind Wutz und Mason. Die zwei Besten. Ja, absolut. Wir brauchen die Waffen. Keine Soldaten. Einbildet so schön. Geht es eigentlich? Gut aus. So, mit den Armen schnappern. So, also. Nur um das klarzustellen. Wir halten den Angriff der Russen auf. Und ihr sagt uns alles über Menendez. Hier ist unsere Basis. Wenn sie vorrücken, dann kommen sie aus dem Westen. Norden. Oder aus. Ich weiss. Unsere Leute verteidigen diese Berge. Unsere Waffen bringen ihnen einen Vorteil. Das ist echt ein Scheissplan. Das ist die russische Armee. Sie sehen da schon den Unterschied. Also Ghost ist schon besser synchronisiert. Wir haben keine Erfolge von den Waffen, die wir mitgebracht haben. Wir aber. Wir gehören. Auch von der Bewegung her und so. Ist ein wenig flüssiger. Von der Kampagne. Der Angriff der Russen hat begonnen. Yalla. Yalla Borobirun. Glaubst du an deinem Plan, Amerikaner? Das weiss ich sogar, Sau. Dann wird es. Sau. Ich höre nur Sau. Hey. Wow, ich kann rennen. Oh ja, jetzt kommt der Panzerzeug da. Huuu du. Wie Old Chapter Handy. Hey komm, hey. Gib Gas. Hey wo bist du? Das ist mir letztens jetzt nicht passiert. Jaaa. Folgen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wohin. Oh mein. Fleissig. Wohin muss ich? Komm, gib Gas. Panzer. Das ist ja keinen Scheiss machen. Ah ja genau da. Ich muss da irgendwo eine andere Waffe noch nehmen. Weil mit der Pistole. Komm, geh weg. Mit der Pistole geht da nicht viel. Gibt es da nichts? Ah. Das sind alle die gleichen. Ah, ich bin letztens hier da durch. Ich muss da aufpassen. Da rückt ein BTR durch die Ruin vor. Geh weg. Kann ich den nicht killen. Verdammt, knapp dir den Raketenwerfer. Bist ruhig. Letztens bin ich auch gerannt wegen nichts. Uuuu. Da kommt noch ein BTR. Woowowowowowow. Ich kippe sie nicht. Ah doch. Hey, schau dich da vorn. Hitz, statt da rauf zu schauen. Was für ein Pfeifenkopf. Da. Wie geht's? Kält's dich da nicht? Ja, das ist rechtes Durrenann da. Wow! Ich muss schnell einen Überblick haben. Dort hat es auch noch, oder? Die Seite da ist nicht... Mit Schnellfeuer, unglaublich. Die Seite ist nicht sicher. Der Werfer ist dort oben. Hier oben ist niemand. Ein riesen Affen-Theater hier. Mann, die töpfen nicht einmal... UAH! Wir sterben! Jetzt hat es mich fast gekillt. Uua! Wo? Die Waffe ist dort oben. Hier ist noch einer. So, okay. Sieht nicht schlecht aus, nicht wahr? Dort hat es noch... Die kommen immer wieder, oder? Ja, die kommen immer wieder. Das ist der Seich. Uua! Ja, genau. Schau, jetzt muss ich hier irgendwie hochkommen. Äh, lieber diese Waffe hier. So, und jetzt... Wuuu! Kaputt! Wo ist noch einer? Hey! Stirb! Wo? Aieieieieieie! Das mal bin ich ein bisschen vorbereitet. Die Mutsch-Aidin, komm mit Infanterie zu Recht! Äh, da hat es einen. Oh! Das ist ja mein Kollege. Das ist ja mein Kollege! Haben wir hier noch nie? Ja. Wo hat es da noch? Wo? Ah, der ist... Der hat in den Schirr abgeknallt. Hey! Wo steckst du? Ah ja, warte mal. Da muss ich das 5 drücken für das... Ja, so. Hey Mann, könnt ihr nicht warten auf mich? So. Bombe! Sind ihr dabei da? Weil sie sind schon lange da hinten, hm? Oder nicht? Ah nein, sie kommen erst jetzt. Ha! Warten wir noch ein bisschen, sonst sind sie so verreckt. Okay. Panser, die Engstelle im Westen ist sicher. Ihr kommt kein Panzer durch. Puts! Miss! Sie heizt uns mit allem ein, was sie haben! Ich glaube, ich packe schon das raus. Da mag ich mich jetzt noch gut erinnern, nicht wahr? Was? Panzer? Warte schnell. Zuerst Panzer. Was hatten wir doch erwartet? Aber nicht gewartet! Oh nein, 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 nein! Ich hatte schon recht! Oh oh, Panzerli! Oh, das ist kaputt! Hey, geh weg da! Oh, das sind ja meine! Ich komme gar nicht draus! Ah, da muss ich zerstören! Was ist das? Ah, Panzer! Wir müssen die Panzer ausschalten! Hey, 5 habe ich gedrückt! Komm, du mal, du mal, du mal, du mal! Schnell, Lachlademann! Du rennst doch nicht... Nicht zwischendrin rennen da! Die Panzer sind aus der Gefecht, Harz! Wir sehen feindliche Aufschrauber, die sich von Osten nähern! Osten? Ich weiss nicht, wo Osten ist! Da ist Osten! Hey! Okay, einer! Den haben wir! Wo ist er? Okay! Da bin ich besser im Griff, als das andere dort, was mich schier gekillt hat! Die Panzer sind unten! Es kommen mehr russische Rubschrauber von Norden! Sorg dafür, dass ich zum Basiskopf! Von Norden? Also warte mal, ja, muss man da oben irgendwo... Wir machen das, Hudson! Hey, haben wir da... warte mal schnell! Ich muss schnell absteigen! Ja genau, das wollte ich, und jetzt wieder aufsteigen! Da und weg! Weg mit dem Grund! Die Basis wird angeriffen! Kampfaufschrauber! Wo hat's? Die russischen Basstalle fertig! Ja, ich mache ja! Die Veränderung wird schwächeres! Die Basis ist in Gefahr! Da oben auch noch einer! Hey, wie viel gibt's da noch? Ich mag mich gar nicht mehr erinnern, dass es so viel gegeben hat! Boah, der andere killt mich! Boah, der andere killt mich! Boah! Boah! Die Russen haben das Munitionslager der Muncheidin im Hasen immerrand! Komm, ich überrenne dich kurz da! So! Oh! Ich bin falsch, nicht? Doch, da durch! Komm gar nicht draus, hey! Mann! Absteigen! Oh! Komm, komm, weg, 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 weg! Warte, jetzt habe ich eine Idee! Genau! Da geht es schneller! Komm, hey! Ich muss nur schnell dort aufräumen! Die Infanterie seilt sich ab! Oh, shit, der Basse! Oh, nein, 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 nein! Ha! Und das habe ich auch nie gemacht! Hey, was ist das für eine? Hahaha! Scheiße, stopp mir BDS! Was soll... Was soll das? Wieso denn? Ey! Oh, nein, 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 nein! Oh, nein, 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 nein! Oh, nein, 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 nein! Wo ist es? Wo ist er? Was ist er? Oh, endlich, Mann! So, wie viele haben wir noch? Hey, noch mehr? Hey, ich habe das jetzt einmal durchgespielt und so viel habe ich nicht gehabt! Was ist das? Aha! Okay, packen wir das wieder raus, stellen wir das retour und schiessen. So, gut, das haben wir jetzt auch. Was kommt noch? Okay. Hey Mann, aber sonst geht es. Töpft die Klaue. Und noch mehr. Wieso kommen die hier immer runter? Ich weiss jetzt warum. Ich muss hier vorne gehen. Oh oh, der andere Scheiss hat mich. Ah, ich muss das... Ich muss das zerstören, dass sie dann... Jetzt habe ich es. Darum habe ich so lange gehabt. Ah, ist nur wegen dem. Das ist das erste Mal viel besser gemacht als jetzt. Da soll ich schneller killt da hinten. So, wohin? Also ich bin bis jetzt hinkommen, wo der Panzer... ...kommen ist. Unter einem unteren. Alter Herr, war ein echt harter... Hä, das ist jetzt nicht gekommen. Äh, etwas hat es geschluckt da. Oh nein, das kommt jetzt. Ich bin jetzt nicht sicher. Wenn das jetzt wieder kommt da. Wo er unter den Panzer kommt und sich retten muss. Was, das ist am Anfang... Ah nein, es ist jetzt. Ja genau, jetzt ist es. Es ist noch nicht vorbei. Es ist mir dann ein bisschen nachher und ist mir so abgestürzt. Ja, ja, machen den mal da. Jetzt sind es offen, da stürzen wir es nicht ab. Ich habe es extra noch mal aktualisiert heute. Vor dem Spiel, nicht wahr? Also, da kann man überhaupt nichts machen. Da rennt man nur drauf los. Wie die Indianer früher, oder? Einfach so. Und dann ist man unter dem Pferdchen, oder? Ja genau. Jetzt muss ich beide... ...drücken. Ja, ich schaffe es. So, jetzt weg, weg! So, ich sage noch nichts. Nicht, dass man das Zeug abschmiert. Und jetzt, jetzt ist es gut. Endlich geht es weiter. Oh, das macht alles alleine. Oh, das macht alles alleine. Oh, der andere sieht... Sie sieht, wie die Zahlen das toucht. Bei Black Ops 1. Und dem ist richtig träumlig. Und der andere hat wieder einen Knall. Einen Knall. Oh, das kennen wir ja. Und der andere hat wieder einen Knall. Und der und der andere hat sich verdreht. Die Black Ops 1-Kampagne. Ach ja, da, wo er durchdreht. Scheiss Eisner! Der gerissene Alte. Okay, verhören Sie. Ah, da ist er ja. Da und aus dem Lauf schmiert er meist ein Grinde. Ein normaler Mensch hätte alles kaputt im Grinde. Mein Freund Roman sagt, Sie machen Geschäfte mit einem Typen namens Sir Hull. Schönes Messerchen. Oh, wow. Sieht aber ziemlich unecht. Was findet die Mujahideen? Die vergraben Sie bis zum Hals im Sand. Drehen Ihre Augenlider und lassen Sie in der Wüste braten. Ich glaube, ich spinne da wieder. Oh, Madonna, ich muss doch drücken. Also, was ist mit Menendez? Ich bin dran, ich bin dran. Oh. Der spinnt sicher ein paar Mal da nicht. Yeah, yeah. Döckele auf ihn, döckele. Hey Mann, was geht's denn? Man, die Zahlen sind immer noch um. Ich glaube, der spinnt immer noch. Yeah, yeah. Um. Zurück. Also wird es nicht kommen. So. Die Zahlen sind immer noch da. Wahrscheinlich uns noch mal. Ja, so war Leute bei Garcia. Scheisse! Der Kerl will uns verarschen. Das ist ja... Ja, also... Ich... Ich musste mich wehren und die andere knallten ab. Was machen Sie da? Menendez hat gesagt, dass Sie leiden müssen. Hinterhältiges Stück Scheisse! Hätten wir auch sagen... Hätten wir auch sagen... Jetzt kann ich abknallen. Statt das selber machen nach dem Verhöhe. Und werdet es immer sein. Ja, super. Ich mag mich nicht mehr erinnern. Was ist jetzt? Ohne Wasser schafft man es. Vielleicht einen Tag. Hm. Wo habe ich aufgehört zu spielen? Wo das rausgekommen ist. Und wer kann ich mich da noch erinnern? Ich habe das ja vor zwei Jahren gespielt. Wann ist Black Ops 2 rausgekommen? Ja, über zwei Jahre. Zweieinhalb Jahre. Ja, was ist jetzt? Frage immer so blöd. Nicht so blöd fragen. Ist fertig? Was? Da sind wir. In der Wüste. Biss ja oben beklagen. Und was denkt ein Dämpfer, der einen anderen kommt, um uns zu retten? Ressnug. 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 Spinnend immer noch. Wenn du denkst, er war es, meinst du nicht, er wäre da geblieben? Ist das ein junger Träuber? Hehehe. Hehehe. Ist fertig? Oder? Hey Mann! Saubere Sachen. Es ist nicht abgeschmiert. Ich glaube es nicht. Ich hoffe es hat euch gefallen.